Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir hatten eigentlich vor noch zwei Nebenquests zu machen. Ich bin überlegen, ob ich die überhaupt noch machen soll und vor allem hat mich hier oben das interessiert, weil ich glaube, dass das die Quest ist, die man bekommt, weil man das quasi vorbestellt hat. Mein Gott, die Stadt ist echt groß. Da muss ich hin. Genau, das ist Arians Versteck im Südviertel. Hey, Südviertel war doch meine frühere Heimat. Hey, nice. Okay, Sick Willy werde ich auf jeden Fall noch machen. Die ist sowieso schon verfolgt. In Ordnung. Ich glaube, die Quest werde ich auf jeden Fall noch machen. Hier muss ich jetzt nur aufpassen, dass ich den Wachen nicht wieder bei dem Weg laufe, weil ich glaube, hier waren zwei. Ich sehe noch dein Gesicht. Ah, ich hätte da hochgemusst. Haha. Ja, finde ich aber auch. Und klasse. Timer nicht vergessen. Interessiert mich aber nicht. Irgendwie müsste ich da hoch. Hi. Oh, schau meine an. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu gefährlich. Die liefen irgendwo Wachen rum, da bin ich mir sicher. Okay, da muss ich hoch. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Und? Komm schon, rein da. Freudenhaus. Klar, ein Freudenhaus mit Blut am Boden. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Ich habe Freudenhäuser anders in Erinnerung. Oh. Oh, ich höre die Vögel. Komm, wir haben bald Frühlingsgefühle auf, ja. Los, drauf machen. Boah. Achso. Ich dachte schon. Sah ja fast aus, als wäre es hier leer. Sehr gut. Und, ja, gut. Das ist jetzt gar nichts. Oh, Mann. Wer hat denn hier so eine Sauerei gemacht? Ist doch nicht mehr schön. Ich finde ich eigentlich ganz hübsch. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Das will ich gar nicht. Wer war das? Oh. Auf welchem Bett trampel ich denn hier rum? Da ist noch eins. Ist das tatsächlich ein... Ach, du Scheiße. Also, ich habe mir die eigentlich immer zumindest ein bisschen ordentlich hervorgestellt. Wer bewacht die Wochen, den kennen wir schon. Oh. Verdammt. Sieht gut aus, was dahinter ist, aber es ist so... Ich befürchte, ich komme da nicht wirklich ran. Na, Schere immerhin. Ah. Eine abgeschlossene Schublade. Na, da. Das hieße ja... Ja. Da ist was von wert drin. Was haben wir hier noch? Gib mir das. Aha. Noch ein Schloss? Nee? Gut. Nicht abgeschlossen. Wunderbar. Au, noch was. Brief an Sick Willy. Oh, gut. Licht aus. Und dann wollen wir uns den nochmal angucken. Willy, du Mistkerl. Oh mein Gott. Mistkerl. Du weißt, ich habe dich gut bedient. Ich habe von dir nur das Dockfieber gekriegt. Boah, das tut ja weh, das zu lesen. Bezahl mich oder ich schicke dir Jab Chokes von den Aalbeißern vorbei. Der mag es nicht, wenn Leute ihn oder seinen Invest... Investitionen betrügen tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tut ja weh. Meine Güte. Da bluten mir die Augen bei sowas. Ui. Sowas ist echt nicht schön. Ganz ehrlich, ich achte penibelst auf Rechtschreibung. Und da ist... Oh, Garrett. Wo hast du nur wieder deine Hände? Aha. Da. Und... Bingo. Ach du Scheiße. Wir werden seinen Humor vermissen. Ja. Ich bin mir sicher, dass ich seinen Humor vermissen werde. Die Aalbeißer. Willis Umgang war so schlecht wie seine Gesundheit. Riverside also. Riverside? Rein, 4, raus, 27. Der Rest des Aalbeißerkredits Nummer 3 ist weg. Die Mädels wollen ihren Anteil, sonst sind sie raus. Keine Mädels, gleich keine Kohle. Keine Kohle, gleich keine Rückzahlung an die Aalbeißer. Verdammt nochmal. Was war die Kombination für den Tresor? Ich glaube, es war das aktuelle Jahr. Welches Jahr haben wir überhaupt? Ich glaube, die Aalbeißer verfolgen mich. Ich wissen sie von meiner Versteck in Riverside. Hat eins der Mädchen es denen gesteckt. Habe alles zusammengesucht, was ich verpfänden kann. Aber meine verdammte Uhr gebe ich nicht her. Ein Mann braucht seine Uhr. Mir juckt es heute in der Hose. In Ordnung. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Aber... Demnach gehe ich stark davon aus, dass die Uhr noch hier ist. Irgendwo... Scheiße. Die Puppen kommen mir bekannt vor. Das ist nicht schön. Ach, das arme Vögelchen. Hat er sich hier erhängen wollen, oder was? Okay. War es denn nicht mal abgeschlossen? Sehr hübsch. Und einiges fehlt, wenn niemand weiß, wo sie stand. Definitiv. Oh. 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 Verzeihung. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid, mein Freund. In Ordnung. Dann hätten wir die Quest also auch erledigt. Ich glaube, ich kann sogar hinten wieder raus. Okay. Okay. Hat Garrett das gerade gesagt? Nein, oder? Von der Punge hätte ich auch. Ah, jetzt bin ich wieder... Oh, okay. Ich bin also quasi nur einmal im Kreis gelaufen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Meine Quest ist jetzt nicht mehr verfolgt. Dann verfolgt. 99, ach du Scheiße. In Ordnung. Zurück, 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 zurück. Das sind die Dächer, das sind die Wege. Ich muss dann wahrscheinlich... Ja. Da die Wege, da die Wege, da. Komm ich da irgendwie durch? Keine Ahnung. Obwohl, hier hinten sieht aus, als könnte man da durch. Also, geradeaus und dann rechts halten. In Ordnung. Hoppale. So. Ah, hier kann ich sogar hoch. Bringt mir das irgendwas? Ja. Und zack. Und zack. Woppa. So. Der Geschnack hier ist... Finde ich aber auch. Ähm. Bringt es mir was, wenn ich hier durchgehe? Ich fürchte fast, ich bin den Weg schon mal gegangen. Du hast meinen Geschmack nicht. Ich zieh noch dein Gesicht. Jeden Abend dasselbe. Er kommt betrunken heim, er blickt, was ihm in die Finger kommt, und versetzt es, um seine Spielschulden zu bezahlen. Oh, Libby. Libby? Wo ist Mutters Ehering? Er wollte ihn letzte Nacht nehmen, als ich schlief. Ich hatte Angst und hab nur so getan. Ich hab ihn versteckt. Als er umkippte, hab ich ihn auf dem Balkon in einem Riss am Kamin versteckt. Hoffentlich fällt ihm nicht ein, dass ich ihn hatte. Oh, Libby. Interessantes Gespräch, das ich da belauscht habe. Ich glaube, ich sollte mal auf dem Balkon nachgucken. Glockentürm, hatten wir schon. Ich seh noch dein Gesicht. Hm, hübsch. Okay. War's das? Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ich glaub kaum, dass Garrett damit umgehen kann. Hier oben. Boot. Hoffentlich krieg ich nicht die Schwermut. Ach, komm schon. Kann ich wirklich nirgendwo sonst raus? Hm, blöd. Okay, aber vielleicht finde ich da draußen ja den Balkon, von dem die Rede war. Nee, Quatsch. Balkon. War da nicht irgendwas mit Kamin? Kamin. Riss im Kamin. Tada. Man muss einfach nur mal zuhören. Hoppala. Für meinen Geschmack nicht. Ich seh noch dein Gesicht. Dann, dann, dann. Kleinen Moment. Nochmal zurück. Ähm, Brücke. Kann ich da vorne? Nein. Aber da. Gut. Probieren wir das mal. Ähm. Ähm, ne, 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 ne. Muss ich hier runter? Ich weiß gar nicht, wenn ich mich runter muss. Ich muss mehr schlafen. Okay, ich muss auf jeden Fall in diese Richtung. Kleinen Moment. Da kam ich nicht weiter. Ich versuch's also besser unten. Für meinen Geschmack nicht. Ich seh noch dein Gesicht. Erst, wenn die beiden wieder gegangen sind. Das Wetter schlägt um. Oder komm ich da hinten hoch? Ne, komm ich nicht. Oh. Ihr seid schon wieder weg. Verdammt. Jetzt hab ich nicht gesehen, wo die hergelaufen sind. Ich brauch ne Pause. Okay. Oh. Und einmal schnell speichern. Ist das ne Wache? Das sind die Wachen richtig? Bei allen toten Göttern. Was habt ihr mit Göttern? Nein, 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 nein. Geh deinem Kumpel da hinterher. Danke sehr. Für meinen Geschmack nicht. Ich seh noch dein Gesicht. Mich hat gestern Abend ein Mann gefragt, was ich zum Baron halten. Und? Was hast du gesagt? Dass ich größere Probleme habe als den Baron. Hunger hat nun mal. Die letzten Gewunzen. Da. Ähm. Es ist immer so dunkel überall. Okay, das Licht kann ich wahrscheinlich nicht. Orion. Aha. Cool. Sieht so aus, als müsste ich hier durch. Und? Ja. Das dachte ich mir schon. Oh. Ups. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Verdammt. Wo bin ich denn jetzt? Weg des Barons Süd. In Ordnung. Das heißt... Okay. Das ist ein ziemlich großer Platz. Das gefällt mir nicht. Aber... Müssen wir wohl durch. F5. Hoffentlich passiert heute etwas. Haha. Das Haus der Blüten soll unter Rekers Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel. Ach du Scheiße. Die dich alles vergessen lassen. Da oben rennt ja einer Patrouille. Das einzige unter Rekers Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Okay, krass. Da sind zwei. Da ist einer. Gott, hier wimmelt es ja von Wachen. Kann ich irgendwo hoch? Nein. Oh mein Gott. Wie soll denn das nur gut gehen? Hier hoch? Nein. Nein. Einer meiner Zähne wackelt. Krass. Ich könnte es... Ja, genau. In Ordnung? Schnell. Das Haus der Blüten soll unter Rekers Ditch sein. Die ersten Mädchen der Insel. Mohnwolle. Tätig. Das einzige unter Rekers Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Ah, da hätte ich auch hergekonnt. Oben lang. Ist mir immer lieber. Okay. Jetzt geht er aber gerade zu. Waaah? Nicht stehen bleiben, mein Freund. Geh weiter. Okay. Also mir ist es lieber, wenn ich da hoch... Oh, scheiße. Ich hab den da oben total vergessen. Ich brauch ne Pause. Äh, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es vorhabe. Ich kann mich da vornehmen. Das Haus der Blüten soll unter Rekers Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel. Mohnwolken, die dich alles vergessen lassen. Uhuhu. Das einzige unter Rekers Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Verdammt. Ich komm hier oben gar nicht weiter. Das war nur, um ein bisschen Geld einzusammeln. Ach, Mist. Kann ich denn... Okay, der, der... Ach, natürlich. Wurfobjekt. Ich kann das Teil doch werfen. Nicht, dass ich das noch da hinten werfe. Vielleicht. Kann ich hier drüber? Nein, kann ich nicht. Oh, verdammt. Oh. Das Haus der Blüten soll unter Rekers Ditch sein. Die hübschesten Mädchen der Insel. Mohnwolken, die dich alles vergessen lassen. Ihr wiederholt euch. Das einzige unter Rekers Ditch sind die Knochen von Idioten wie dir. Dann. Was ist da drüben los? Den hier hat das ein scheiß Dreck interessiert, verdammt. Warum? Ist hier jemand? Okay. Das hat sogar schon funktioniert. Ich bin begeistert. Jetzt muss ich nur noch... Oh. Oh Gott, ist das ein Schloss, ey. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Keinen Verdacht erregen. Das wäre fatal. Ich gehe davon aus, dass die das auf jeden Fall hören würden. Da. Da war was. Da war was. Da war was. Da. Okay. Komm schon. Komm schon. Ja. Letztes noch. Komm. Oh. Ah, da oben. Da. Das war doch hier, Mann. Da. Jawohl. Okay. Wow. Reitkopf, Wasserfall, Taschenuhr, Flachmann. Sehr schön. Naja. Dann habe ich zwar das da drinnen nicht bekommen, aber immerhin das hier draußen. Andersrum. Das draußen nicht, aber das hier drinnen. Okay. Hier ist keiner. Schnell ausmachen hier. Ich höre hier irgendwas. Das finde ich nicht gut. Oh, schon wieder so ein Scheiß-Fünfer-Schloss. Meine Güte. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Gar keine Frage. Komm schon. Komm schon. Ja. Okay. Zwei noch. Halt. Halt. Da. Und. Last but not least. Da oben. So. Ja. Bingo. Hey. Wir werden immer besser. Oh. Holy. Reitkopf, Wasser. Reitkopf. In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Köder und Schalter? Was, was, was für Obelisken? Ah, ich verstehe. Schalter. Hm, ich verstehe nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Schalter schon gefunden habe. Aber. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Oh Gott. Muss ich jetzt. Kleinen Moment. Oh je. Das sieht so aus, als müsste ich hier außen rum weiter. Aber das ist doch. Oh Gott. Ich hätte vielleicht das Wurfobjekt gebrauchen können. Hahaha. In Ordnung. Ich bin bei 20 Minuten. Die Glocken ertönen und ich bin endlich bei 20 Minuten angekommen. Ich wünschte, ich wäre endlich bei meinem verdammten Punkt, wo es weitergeht mit Deckers. Aber es geht beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Diesmal bin ich nur so ein bisschen in der Stadt rumgeriert und habe ein bisschen was eingesagt. Aber naja, gut. Gehört ja auch dazu, ne? Ich bin immerhin in einem neuen Schalter gelandet. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Lasst mir ein Däumchen drauf da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Schaut unten in die Infobox, in die Videobeschreibung. Ich danke jetzt widerlich. Dankeschön. Da sind immer wichtige Links drin. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.